Hallo liebe Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Ladestation von Drexas, den ESPIC Live Dual. Schauen wir uns das gute Stück an. Das ist wirklich eine Hochleistungs-Ladestation vom Feinsten von dieser Firma. Dazu haben ich noch von Drexas die zwei LiPo-Akkus für den X-Maxx später dann. Die 6700. Die werden wir heute anschließen und werden wir das ganze probieren, ob das läuft. Packen wir das gute Stück aus. Das hat ja Bluetooth oben, du kannst es mit dem Handy verbinden. Alles hervorragend verpackt. Zwei fette Lüfter links und rechts. Hier die Anschlüsse. Dann hier noch andere Anschlüsse. Die ganzen Tasten. Schauen wir uns das ganze dann gleich an. Seht euch nur die fetten Akkus an. Alles hervorragend verpackt. Hier die Hochleistungs-Stecker. Schließen wir mal alles an. So, ich schließe das ganze jetzt mal am Strom an. Jetzt leuchtet alles schön auf. Die warten jetzt auf Akkus. Jetzt werden wir die fetten Dinger hier mal anstecken. So, jetzt hat er alle zwei gefunden. Jetzt könnt ihr hier Start drücken. Möchte ich aber noch nicht machen. Ich will euch jetzt noch hier zeigen. Hier kann man das ganze Hier kann man das ganze über Bluetooth mit der App verbinden. Ich werde mal einschalten. So, und dann gehen wir hier. Gut. Das ganze ist verbunden. Jetzt sagt er hier. Jetzt sagt er hier. Ich soll das Teil starten. Hier geht es. Hier geht es. Was gibt es? So, schauen wir uns das hier an. Hier haben wir die App. Hier kann man sehen. Der Ladezyklus. Hier wie viel er schon geladen hat. Die Minuten noch. Und hier ist die Spannung auf die einzelnen Zellen. Also ich tue jetzt. Ich tue jetzt. Balanzladen. Das heißt. Ähm. Ja. Das wird normal geladen. Nicht auf Hochleistung. Und. Das ist in. Gut 40 Minuten fertig. Also. Das. Ich möchte die Akku schonen. Ja. Man sieht hier die Anzeige. Ja. Ich hoffe. Ich konnte euch. mit diesem Video. Ein bisschen was zeigen. Von Drexos. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Euer Wille. Abonniert meinen Kanal. falls ihr wollt. Und. Tschüss.